Das Thema dieses Films ist das Herz und der Blutkreislauf. Bei Belastung, aber auch in Ruhe müssen ständig all unsere Organe und Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Diese Aufgabe übernimmt das Blut. Das Blut wird mithilfe des Herzens durch die Blutgefäße unseres Körpers gepumpt. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Vielen Dank.